Alex ist nach einer langen beruflichen Auszeit wieder in einer Organisation für berufliche Inklusion für das Training von KlientInnen zuständig. Früher, vor einigen Jahren, bot Alex in Schulungen alle Inhalte in analoger Form an. Alex arbeitete mit den KlientInnen in gemeinsamen Sitzungen von Angesicht zu Angesicht, wobei die wichtigsten Hilfsmittel Bleistift, Papier und die Gespräche oder Debatten waren, die in diesen Sitzungen entstanden. Jetzt, da Alex an den alten Arbeitsplatz und in die Kurse zurückkehrt, stellt Alex fest, dass digitale Werkzeuge sehr wichtig geworden sind. Alex befürchtet, dass mit dieser Veränderung zum einen die Vorteile der früheren analogen Arbeitsweise verloren gehen und zum anderen der Unterricht für die KlientInnen distanziert und unmotivierend wird. Alex fragte hier eine Person im Team, die sich sehr für den Einsatz digitaler Tools engagiert, ob diese Zweifel berechtigt sind. Die Informations- und Kommunikationstechnologien, kurz IKT, haben in den letzten Jahren zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. Sie werden bei einer Vielzahl von Situationen und Tätigkeiten eingesetzt und genau aus diesem Grund müssen wir sie auch in die Qualifizierung unserer KlientInnen einbeziehen, wenn wir ihnen helfen wollen, kompetenter zu werden und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Aber es stimmt auch, dass persönliche Schulungsmodelle in einem eher traditionellen Format wichtige Vorteile haben, die nicht unterschätzt werden dürfen. Der direkte persönliche Kontakt mit den KlientInnen ermöglicht es uns, sie besser kennenzulernen und ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten genauer zu ermitteln. Der direkte Kontakt begünstigt auch das Einüben verschiedener sozialer Fertigkeiten auf natürliche Weise, was umso wichtiger ist, wenn es um die Arbeit mit Gruppen geht, die in diesen Bereichen oft Schwierigkeiten haben. Daher ist es eine der wichtigsten Strategien, die wir heute in der Qualifizierung einsetzen können, die Methode des Blended Learning. Dabei handelt es sich um eine Form des Lernens, bei der E-Learning und das gemeinsame Lernen in Präsenz kombiniert werden, um das Beste aus beiden Welten zu vereinen und so ein effizienteres Lernen oder eine effizientere Ausbildung zu erreichen. Die dem E-Learning zugeschriebenen Eigenschaften, wie zum Beispiel die größere Flexibilität des Materials, das an die individuellen Merkmale jedes Nutzers und jeder Nutzerin angepasst werden kann, werden als Vorteile angesehen. E-Learning fördert auch Autonomie und Eigeninitiative. Auch der Wegfall räumlicher Barrieren und die zeitliche Flexibilität sind Vorteile des E-Learnings. Blended Learning wiederum inkludiert die Vorteile des Präsenzunterrichts, wie zum Beispiel die persönliche Interaktion, die zur Motivation der Teilnehmenden beiträgt. Außerdem erleichtert die persönliche Qualifizierung den Aufbau von Kontakten und erhöht die Möglichkeiten, an vielen sozialen Fähigkeiten zu arbeiten. Und sie bietet die Möglichkeit, komplexere Tätigkeiten mit persönlicher Unterstützung auszuführen, als dies rein virtuell möglich wäre. Für die digital gestützte Qualifizierung gibt es derzeit verschiedene Instrumente, die die Verwaltung von Kursen und Schulungen erleichtern. Dabei handelt es sich um virtuelle Plattformen, das heißt um virtuelle Lernräume, welche den Fernunterricht erleichtern. Sie werden auch als Learning Management Systeme oder kurz LMS Plattform bezeichnet. Diese Systeme ermöglichen die Schaffung von virtuellen Klassenzimmern, in denen eine Interaktion zwischen Ausbildenden und Lernenden stattfindet. Über diese Klassenzimmer ist es unter anderem möglich, Dateien auszutauschen oder an Foren und Chats teilzunehmen. Es gibt verschiedene Arten von Plattformen, auch solche auf Basis freier Software bis hin zu selbstentwickelten Plattformen. Und obwohl sie alle darauf abzielen, den Informationsaustausch und die Beteiligung der Lernenden zu fördern, ist es immer wichtig, ein wenig mehr über ihre Eigenschaften zu wissen, um zu beurteilen, welche Methode am besten zur Arbeitsweise der jeweiligen Person oder Organisation passt. Andere Hilfsmittel, die wir bei unseren Überlegungen zur digital gestützten Qualifizierung berücksichtigen sollten, sind all jene, die das kooperative Arbeiten begünstigen, zum Beispiel gemeinsam zu bearbeitende Dokumente oder Anwendungen, die es ermöglichen, als digitale und interaktive Lernaktivitäten niedrigschwellig mit jedem elektronischen Gerät durchgeführt zu werden. Dennoch hat Alex Zweifel, welche Strategien für den Präsenzunterricht am besten geeignet sind, um die Aufmerksamkeit und das Interesse der Klientinnen aufrechtzuerhalten. Alex fragt sich, ob weiterhin mit Bleistift und Papier gearbeitet werden soll, oder ob auch digitale Hilfsmittel in den Präsenzunterricht eingeführt werden sollen. Eine gute Strategie, um das Interesse und die Beteiligung der NutzerInnen aufrechtzuerhalten, ist Gamification. Diese Methodik erhöht die Attraktivität von Lernprozessen, die Innovation, den Spaß, die Produktivität, die Merkfähigkeit und den Erwerb von Fähigkeiten. Die Gamification-Technik besteht darin, das Spieldenken und die Spielmechanik in nicht-spielerischen Kontexten wie Bildung oder Arbeit einzusetzen. Der beste Weg, Gamification im Klassenzimmer anzuwenden, sind digitale Anwendungen, denn es gibt eine große Anzahl von bereits bestehenden Ressourcen für diesen Zweck. Wenn man diese kennt und weiß, welche Möglichkeiten sie bieten, eröffnen sich unendlich viele unterhaltsame und innovative Qualifizierungsmöglichkeiten, die den Wissenserwerb und die Fähigkeiten der Lernenden verbessern können. Alex ist sich nun im Klaren, dass ein Großteil der Schulungen, die normalerweise mit den Klientinnen durchgeführt werden, auf sehr zufriedenstellende und attraktive Weise durch digitale Werkzeuge bereichert werden kann. Gleichzeitig zweifelt Alex immer noch daran, wie man an den Soft-Skills arbeiten kann. Vor allem macht sich Alex darüber Sorgen, dass die Technik am Ende der Hauptakteur der Sitzungen sein wird, statt die Menschen selbst. Wie kann man dies verhindern? Die Nutzenden müssen immer im Mittelpunkt stehen. Technologie und digitale Werkzeuge sind bei unserer Arbeit nur ein Mittel und niemals der Zweck. Diese sollten uns dazu dienen, die Art und Weise, wie wir ein Ergebnis erreichen, zu optimieren, sowie die Qualität unserer Arbeit zu verbessern. Der Schlüssel liegt darin, zu erkennen, wie die Technologie dazu beitragen kann, jede dieser Qualifizierungsbemühungen zu verbessern. Eine der interessantesten Methoden für Qualifizierungssituationen, die das Erlernen sozialer und zwischenmenschlicher Fähigkeiten beinhalten, sind Rollenspiele oder die Simulation realer Situationen. Bei dieser Methode werden die Teilnehmenden aufgefordert, auf der Grundlage vordefinierter Leitlinien ein Verhaltensprofil anzunehmen, das ihnen normalerweise nicht entspricht, um herauszufinden, welche Einstellung und Reaktion sie in einer bestimmten Situation zeigen. Beispielsweise ist die Simulation von Konflikten in einem Arbeitsumfeld sehr effektiv, um zu lernen, wie man mit ihnen umgeht und wie man sie löst. Darüber hinaus können alle Teilnehmenden einbezogen werden, indem wir all die unterschiedlichen gespielten Rollen vergleichen und analysieren. Auf diese Weise erwerben sie die Kenntnisse, die sie zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten benötigen. Interessant ist nun die Rolle, welche digitale Technologien bei so einem beispielhaften Szenario spielen können. Von der Nutzung von Videokonferenzräumen, Chats oder Diskussionsforen, die kollaborative Arbeitsweisen und Dynamiken fördern, bis hin zur Möglichkeit, charakteristische Szenen aus solchen Rollenspielen aufzuzeichnen, gegebenenfalls zu bearbeiten und gemeinsam anzusehen. In der Tat kann die Einführung digitaler Werkzeuge in Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur den Prozess, sondern auch die erzielten Ergebnisse erheblich verbessern. Es reicht aus, die vorhandenen Instrumente zu kennen, die Angst vor deren Einsatz zu verlieren und diejenigen auszuwählen, die unseren Bedürfnissen und unserer Arbeitsweise am besten entsprechen. Wenn wir dann noch eine gute Portion Kreativität bei der Kombination von Ressourcen und Strategien hinzugeben, wird das Ergebnis eine Verbesserung der Qualität der Unterstützung sein, die wir Menschen mit Lernschwierigkeiten auf ihrem Arbeitsweg bieten können. Das Ergebnis von Ressourcen in der Arbeit. 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 Vielen Dank.